Stell dir mal Witze Woson zu 2-Meter-One-Shot-Styper vor. Wie OP wäre das denn? So, wir müssen jetzt auf den Torm bei Eishirin-Pace. Ach du, ja, du Arzt. Ich hab sie, ich hab sie, ich hab sie, ich hab sie. Nein, es geht nicht. Wuh! Hey! Oh mein Gott, let's go. Oh mein Gott. Stell dir mal Witze Woson. Nein!